Eines Tages wird all das hier vorbei und der Krieg, der alle Kriege beendet, gewonnen sein. Von wem auch immer. Dann werden die Waffen schweigen, Gras wird wachsen und all das hier überwuchern. Das Land wird sich selbst heilen. Wie immer. Wir werden dann längst tot, aber vielleicht nicht vergessen sein. Wenn sich die Geschichte auch nur an jeden tausendsten von uns erinnert, wird die Nachwelt erfahren, wer wir waren und was wir getan haben. Wie wir lebten, wie wir kämpften und wie wir starben. Wenn all das hier vorbei und der Krieg gewonnen ist, werden sich die Menschen an uns erinnern. Aber bis dieser Tag kommt, halten wir Stand. Wir werden dem Tod ins Auge blicken. Und wir werden kämpfen. Weißt du, dass wir das Video gesehen haben haben. Wie wir wir haben. Und dem Tod in den으니까sten. Und es ist doch das Video, das wir noch nicht sehen haben. Wir werden noch mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017